hallo und herzlich willkommen zurück zum let's rollerplay skarim wir sind hier in weisslauf wieder und jetzt wollten wir ja nach dem stahl und das verschieben wir noch kurz weil wir wollen uns mal ein haus machen und eventuell mal noch eine loverin finden eine dame eine schöne dame jo ich habe ein bisschen holz gehabt und das verkaufen jetzt kurz und dann machen wir noch kurz ein bisschen alchemie und dann machen wir uns auf den weg nach falkenring dort gibt es scheinbar ein haus zum bauen ich wollte noch kurz zu einem obdachlosen da ist gerade hier nicht drin aber ich habe ihn vorher gesehen einfach kurz ein geschenk der nächsten liebe annehmen dahin ist weg ist verschwunden suchen ihn kurz wo könnte der herumlaufen ist irgendwie hier runter gegangen und lauter reden habe ich den verloren ja wahrscheinlich wieder wenn ich ein bisschen wenig blutdruck habe wissen ja alles ein bisschen schwer konzentrieren zu können so er ausgeht jetzt gerade ich habe ihn gefunden mein liebster saufkumpan jo oh vielen dank mögen die göttlichen euer gütiges herz segnen genau wo wir schon hier sind wir müssen uns von vampirismus wieder heilen also diese sanguine vampirismus krankheit da wir uns lieber und einem der hauptcharaktere das er beißen lassen sollen quest typisch und weil wir dann einfach ein bisschen bessere belohnungen bekommen also wissen ich weiß nicht genau aber es wird uns leichter fallen dann wissen wir haben sehr schwer schwere nebenwirkungen das liegt einfach daran dass sie dann voll empfindlich werden nicht empfindlich blut trinken müssen und wie machen wir das ja auch nicht gerade so gedacht oder müssen wir irgendjemandem im schlaf überraschen und und austrinken der wird uns dann irgendwann hassen da müssen wir irgendjemandem finden vielleicht irgendwelche gegner die schlafen sind alchemisten den wir mal getroffen haben vor zwei parts oder drei parts genau also wir wollten hier das feuerholz so 110 dann haben wir bei ihm noch mehr natürlich bei ihm noch ein ding weil ich voll war und nicht laufen wollte und das auch euch zeigen möchte ich gerne so 110 und dann haben wir hier noch äh wo ist er ähm wir haben irgendwas bei feuerholz schauen ah das ist meine ähm das bin ich sonstiges feuerholz so ist das ok ich dachte ich muss einfach unten auf sonstiges gehen aber ich bin noch zu weit runter auf sonstiges gegangen das von mir so 110 und dann haben wir noch 160 oder 170 ok sehr gut so 170 verdient das kann ich ab und zu machen aber ja sehr arbeitsaufwändig genau dann müssen wir noch zu ihr gehen ok komm ich kann gerade nicht so lust zu laden so ähm möchte gerne von dir etwas kaufen und etwas erkaufen ähm zaubertränke ähm hat sie jetzt nicht so nützliche krankheitsheiler hm ne noch nicht also ich möchte gerne blasenfilz kaufen möchte gerne weizen kaufen ja die anderen die wir brauchen für high tenker hat sie nicht Bücher giftrezept furcht zaubertrankrezept blitzessistenz so wir haben nämlich auch noch ähm ähm ja bei zaubertränke gifte lähmung und so brauchen wir denk ich mal nicht magiker schaden auch nicht ob sie gemügend geht scheinbar schon ähm ja das auch nicht schwaches gift lassen wir noch vielleicht müssen wir irgendwie in einer Quest jemanden im Schlaf töten oder so ja ob das geht ähm regeneration starkenheilung stärke ja das ist auch wichtig ja dann lassen wir auch noch giftresistenz möchten wir vielleicht auch magikerresistenz auch ok ähm Ansichtbarkeit jo das wärs wir haben 2000 vielleicht müssen wir noch ein bisschen Geld verdienen ich weiß nicht was ich alles noch verkaufen könnte ähm so Schlammklappen beine plus 15 ja komm das ist jetzt echt nichts wert so jo vielleicht made ja eher der bein äh steht halt nicht wieviel doch jetzt wir ähm ähm ohne brain made lassen wir Nordmade können wir noch verkaufen lassen wir einmal einen drin und schwarztohn mit ja da sind wir drin hm jetzt haben wir aber immer noch ein bisschen zu wenig Geld ok wir werden noch ein paar Trinke verkaufen müssen also erstmal herstellen wir haben jetzt nach nächstem Liebe überleveln schneller ähm machen wir doch zuerst einfach die wichtigsten dann wo wir da nicht mehr haben so das hier hin das hier hin zurück ja ok wurde ein bisschen wissbegieriger so also kann ich jetzt gerade nichts mehr aus den nationalen herstellen agica wieder herstellen ausdauer wieder herstellen oh ja da kann ich viele machen bei Resistenz ist sicher wichtig dann gibt es noch andere Resistenz nein Anfälligkeit gibt es noch also dann machen wir das mit dem senken vielleicht ja hm 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 so nein nicht so viel wissbern so ok wir haben Stufe 7 erreicht sehr gut Gesundheit regenerieren haben wir herausgefunden sehr schön da haben wir jetzt auch nicht mehr genügend und Ausdauer senken machen wir auch noch kurz Beschwörung verstärken den Trank muss ich mir herstellen ja sehr schön lasst es mich einfach wissen wenn ihr eine Frage habt ja ist gut Arcadia alt die Fresse so und die zwei senken Tränke die verkaufen wir an ihr wenn sie noch gering Geld hat sie hat noch 323 sauber Tränke da kriegst du diesen Kack Tränke die keiner braucht ja man muss sie wirklich denen in Cementar schmuggeln oder so damit es geht glaube ich keine Ahnung aber wie soll ich denn das trinken lassen spucken doch alles wieder aus jetzt weiß ich noch nicht wo die sind man liest es nicht ich habe eben diesen Mod er funktioniert einfach nicht da er noch für die Special Edition ist und nicht für die Anniversary Edition da müssen wir schon halt so richtig runter gehen dann finden wir den auch kräftigen die M Und resistenz Ignoration Stärke Vitalität wiederherstellen verstärken resistenz ignorieren wieder verstärken herstellen Magiker Hä? Ich habe doch die hergestellt. Also dieses Beschwören, Verstecken habe ich hergestellt und ich habe noch einen anderen Trunk hergestellt. Keine Ahnung. Ja gut, wir werden mal aus da wieder herstellen in Schwach verkaufen. Ja, wenn es gehen würde. Okay. Verkauft. Feuerresistanz brauchen wir, Giftresistanz brauchen wir. Wir haben sehr viele Magikare Gesterns. Nehmen wir einfach mal nur Nehmen wir mal sechs Stück. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Geld und den Rest können wir sicher irgendwo finden. Wir könnten vielleicht auch ein paar Banditenlager noch ausrauben. Die geben meistens auch Geld. Ja, ganz so schnell müssen wir noch nicht nach falschen Wien gehen. Also ich weiss davon, dass es schon ein bisschen noch mehr kostet. Genau weiss ich nicht mehr. Also wir brauchen noch ein bisschen Geld und es gibt da ein paar Banditenlager, die ganz nahe von Weisslauf sind und die rauben wir jetzt aus. Also sind ein paar markiert. Und dann COP Geldern. Aber ja, eventuell können wir die COP Gelder noch nicht machen, weil die natürlich in den Dungeons drin sind und ich will ja, dass das ab Level 40 dann gemacht wird. Und das ist einfach so. Deshalb spiele ich ja eigentlich Skyrim auch nicht immer so intensiv, weil das Leveling-System, dass die Dungeons zurückgesch... Also in dem Level bleiben, wo ihr reingeht und so nicht mehr weiterleveln automatisch und so, finde ich nicht gut gemacht. Also das ist einer der Kritikpunkte, die ich so habe an Skyrim, weil ich möchte gerne immer wieder den Loot haben, den ich auch irgendwie verdient habe. Skyrim ist manchmal schon lustig, also... Hallo, hallo, du bist abgestürzt. Hast du dir die Beine gebrochen? Wo bist du? Ah genau, ich habe hier noch, ähm, sehen, ich habe die Beschwörungen, wenn wir mal funken, nicht ausgerüstet. Also nur eine Hand. Ähm, komm runter. So ist jetzt diese... Äh, kann es sein, dass ich sehr verpackt bin? Okay. Ich bin ein bisschen verpackt, scheinbar. Wie viele Bugs einfach drin sind. Also hier ist irgendwo die Ziege, es war, glaube ich, eine Ziege, oder nicht, ne, Henry? Ah, jetzt hat es kurz geleckt, okay. Hm. Ganz komisch. Vielleicht müssen wir nochmals neu laden. Aber das ist nicht so gut, wenn ich so viele Bugs habe. Also scheinbar ist die Ziege irgendwo wieder verdampft. Die spawnt, hä? Hm, schade. Vielleicht ist sie auch abgehauen. Ja. Dann halt nicht. Aber eben, ich möchte kurz zaubern, geht das? Das Zaubern geht... Ja, ich bin mir kurz in der Tatperspektive, damit ich nur mal sicher sein kann. Ich kann mich nicht angreifen. Ich will einfach kurz schauen, ob es wirklich funktioniert. Das kann man nicht mitnehmen. Also, ich mach mal kurz. Ja, jetzt geht's. Jetzt sieht man die Hände wieder. Okay. Sehr gut. Hm. Ganz komisch. Ah, ein Wolf. Nein, ich will ihn retten. Ich will den Hirsch retten. Ich will da auch ein bisschen besser kämpfen. Ich habe die Kamera verloren. Ey. Könnte ich ja gut genommen. Ich habe das Fälle genommen. So. Jo. In die Richtung war's. Ja, wir müssen... Geld verdienen. Ständig Geld verdienen. Ich mag das irgendwie nicht in so Spielen. Ständig immer noch Geld verlangen. Oder über Geld reden. Über Geld. Die Arbeit machen. Aber für Geld, für Geld, für Geld. Hm. Ich meine, ich spiele manchmal so ein, zwei Stunden Transport für U2 pro Tag. Weil es mich einfach ein bisschen, äh, AFK lassen lässt. Oder? Da muss man jetzt nicht immer ständig bei der Stange sein. Und was war das jetzt wieder für ein Nachlade? Eieiei, ist kein... Ich glaube, der neue Patch hat alles Problematische gemacht. Das ist aber eine Überraschung. Der Spieler hat irgendwelche Probleme. Okay, Main. Oh Gott. Ey, hallo. Nicht reinlaufen. Der Blitzzauber finde ich irgendwie ein bisschen besser. Ah, und die Texturen laden auch jetzt schon mal. Was sind das für Probleme? Was löst solche Probleme aus? Wieso werden Texturen nicht geladen? Aber sonst ist es alles bloß. So, okay, Levin müssen wir auch noch kurz. Ja, ist gut. Dankeschön. Da ist auch noch einer. Das ist Sven. Ah. Sven, du hast fast gleiche Klamotten an. Grundum, Dietrich Goldwein. Wir sind Sven-Mobben. Haha, wer weiß, wie ich heiße im Rühleff? Sicher nicht, Sven. Ich mobbe mich selber. Ich sage ihn, Sven. Zu ihm. So, ähm, ja. Die anderen sind vorne gestorben. Okay, habt ihr aber irgendwas, was Geld gibt? Dietrich. Hm, scheinbar nicht. Eine ist ja weggeflogen, oder andere war irgendwo hier. Irgendwie dieses Suchspiel. Wo sind die, äh, Leichen? Wo sind die besiegten Gegner? Und dass auch viel vorkommt, dass dann einfach Verbündete sterben. Obwohl ich nicht will. Also einfach ganz normale Verbündete. Kann man hier irgendwo runter? Ich glaube, wenn wir hier runtergehen, müssen wir durch den Dungeon. Das ist nicht so gut. Den looten wir einfach noch nicht. Und da der da runtergefallen ist. Also einer ist weggeflogen. Aber wohin ist er geflogen? Kann man irgendwo, kann man irgendwie Eko-Perspektive, also den Flugperspektive? Da ist er. Okay. Das ist schon heftigste. Gut, ich speichere mal, sonst müssen wir kurz neu laden, damit es wieder geht. Kann schon sein, dass irgendwie etwas, ja, ein Spiel Buggy ist beim Laden. Und dann einfach diese Performance-Problem-Problem-Problem-Problem, also Nachladerrucker sind. Und, ähm... Haben wir einen Rüssel gehabt für die Quest. Okay, scheinbar hätten wir hier... ein Rüssel bekommen, ohne ein Mammut zu kehren. Aber wenn die Mammute schon mich angreifen, nachdem wir ihnen geholfen haben. Also der eine. Dann ist klar. Oh, Salz. Ja, Salz muss ich nicht mehr so viel mitnehmen. Na komm. Anfälligkeit für Magietränke machen und verkaufen. Geht das noch, oder? So. Ja, aber Krötebeeren. Okay, ist neu. Aber haben wir noch nie eingesammelt. Scheinbar. Okay, hier rein können wir auch noch nicht. Aber wir haben ein bisschen Geld verdient. Gut. Hier ist nichts mehr. Okay. Dann ins nächste Lager. Werden wir sicher hier eins noch finden auf dieser Ebene. Sondern vielleicht dorthin noch gehen? Oh, okay. Eine versteckte Truhe. Ich wusste nicht, dass hier eine Truhe ist. Aha. Danke. Ganz am Anfang. Oh, Stahlstreitkolben. Gold. Ringe. Ringe Magiker. Ringe Ausdauer. Und jetzt endlich mal leveln. Ähm, ja. Magiker. Und jetzt, ähm, ja. Beschwörungen haben wir jetzt eigentlich genügend schon. Genau. Bei welchen. Damit wir mehr Geld bekommen. Und auch günstiger einkaufen können. So ein Eisenpfeil noch mitnehmen. Und dann, ähm, okay. Also die sind scheinbar da auch gekommen, um die Wachen anzugreifen. Gibt es nicht hier noch irgendwo ein Banditenlager? Hm. War es eine Höhle? Okay. Also hier unten haben die Banditenlager angegriffen. Und die sind so weit angegriffen? Wahrscheinlich schon. Also in die Richtung wollten wir ja. Da ist irgendwo Dämmerstein. Okay, ähm, okay. Wo? Da. So. Scheine mal, wie herkommen. Was sind jetzt die roten Punkte auch nicht? Da oben. Okay, der eine ist tot. Der andere hat ein Schauberstab rausgenommen. Sven, hallo. Bist du plötzlich Magier geworden? Aha, ja, ja. Klar. Wir sind natürlich. Okay, interesting. Verbrauchen die auch Radungen? Da? Hallo? Geht's gut? Scheinbar nicht. Er fuchtelt einfach so ein bisschen rum mit dem Cyberstab, der noch Funken sprüht und alles. Okay, dann gehen wir einfach in die Höhle hier. Ach ja. Schauen wir mal, was vor der Höhle ist. Okay, ähm, das ist nicht so gut. Wollte ich schon sagen, das ist meine, aber... Okay. 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 So, ähm, okay. Kein Gegner, ne? Eine Hexe. Okay. Ooh, ooh. Interessant. Ah, Feiersalz. Okay. Okay, da sind Banditen. Geist du an? Komm, wir greifen einfach an. Der Höhle hat Holz, okay. Geronimo! Okay, da kämpfst du gut, ja? Okay, das ist einfach seine... Rotzütt, nein, wie sagt man die in den Höhlen, die nicht tief runtergehen? Auf jeden Fall einfach eine kleine Höhle, kurze Höhle. So. Schneebär. Stahlstreit-Axt. Mit Salz. Eine Laterne. Okay, scheinbar nichts mehr. Kann man hier vorne aufstehen? Blue. Ah. Na komm. Die Säcke haben nichts im Pferd, dass man stehen kann. Wenn wir das mal benutzen, ist also kein Mensch in der Nähe. Ich weiß nicht, ob die einfach dann dort bleiben und nicht mehr irgendwo hingehen. In der Pferdestall oder so. Aber wir können es ja kurz benutzen. Andes Notizen des Schmugglers. Begonnen. Begonnen. Okay. Okay. Und jetzt fühlen wir unsere Truen schneller, als wir sie lernen können. Wir trinken Tag und Nacht und haben noch nicht mal die Hälfte des Goldes von diesem Morrowind-Auftrag, der Leichenliebkoster verbraucht. Bei den ganzen argonischen Patrouillen entlang der Grenze können wir Unzummen für jede Kiste verlangen, die reinkommt. Und die Zombiestreichler waren ziemlich angetan von dem unbeschädigten Stab. Das Ding sah irgendwie unheimlich aus. Ich bin froh, dass wir ihnen los sind. Es ist nur ein Jammer, dass wir nicht noch ein paar Tage weitermachen konnten. Heute Morgen kam ein weiterer Käufer ins Lager, ein Ork mit einem Gesicht, das so knurig war, als wäre er kopfüber von der Spitze der Drachenfeste gesprungen. Wie sich herausstellte, war er auf der Suche nach demselben Stab und Boot an, das Doppelte dafür zu bezahlen. Ich sagte ihm, dass wir ihm vor dem nächsten Schiff aus Solstum etwas Besseres besorgen könnten, aber er machte ziemlich deutlich, dass er nur diesen einen Stab kaufen wollte. Er gibt ja auch Sinn. Hässlicher als dieser Ork ist nämlich nur noch der Stab. Vielleicht will er ihn ja beim Rasieren hochhalten, damit er sich nicht so schlecht fühlt, geboren worden zu sein. Auf jeden Fall habe ich die Informationen über die Käufer an ihn veräußert und ihn losgeschickt. Ich konnte ihn nicht dazu bringen, irgendwelche Wertgegenstände von seiner Kutsche einzutauschen, aber das ist in Ordnung. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, einen Trottel seiner Sachen abzunehmen. Ich habe den Jungs gesagt, dass sie ihm auf der Straße westlich von Weislauf am niedergebrannten Haus zwischen dem Wachtturm und Festung Graumau den Weg abschneiden sollen. Wenn man bedenkt, wie besessen er vom Stab war, wird er einfach sein, ihn zu überraschen. Okay, das ist ein Hinweis scheinbar. Okay, beim Festung Graumau, das ist wahrscheinlich diese Festung, die wir gerade gesehen haben. Und da irgendwo dazwischen ist ein abgebranntes Haus, okay. Dann gehen wir mal zuerst dorthin. Dann haben wir ja noch ein bisschen etwas zu erkunden. Hallo Banditin, was ist mit dir los? Ist dich schön niedergelassen? Adept. Eisen durch. Wir werden da der Eisen-Shade. Und welche Geheizung ist Koma? Oh, die kommen zurück. Oh Gott, es sind nur ein paar. Nein, aua. Jesus, Ty. So, wo haben wir noch einen? Nein, das Pferd nicht. Nein, nicht das Pferd. Jetzt halt es ab. Nicht angreifen, ich hab's aussersehen getroffen mit dem Zerber. Ja. Das Keim ist ein hartes Pflaster. Nein, nicht töten. Nicht Pferde angreifen. Bitte. Nicht noch mehr angreifen. Ja, das Keim. Taschendiebstahl. Sit still, Kind und lausche. Okay, das ist wieder ein Buch. Das muss ich einfach kurz überspringen. Sonst bin ich ewig dran. Einfach ein Buch, das Kills gibt und keine Quest. Deshalb nicht vorlesen. Einfach kurz pausieren und es lesen, wenn ihr Lust habt. Sonst einfach kurz warten. Ich kann es auch ein bisschen schneller machen. Ihr könnt ja immer stoppen. Ja, es ist wieder ein sehr langes Buch. Ja. An Weihnachten, Heiligabend, in einem großen Park mit Büchern lesen. Wenn wir dann hoffentlich schon die Ding haben. Das Haus haben. Jo. Okay. Das ist ein bisschen schwer zu lesen. Und es hört nicht mehr auf. Oh. Also Bücher sind sehr lange, aber manche Sachen zum Reden sind sehr kurz. Hm. Ich mache ja ein Mod, wo ich den Dorfbewohnern und so viel mehr zu reden gebe. Ich mache jetzt einfach mal zuerst ein Dorf natürlich und vielleicht eine Festung oder so etwas. Aber auf jeden Fall halt einfach ein bisschen mehr Rollerplay dann. Ja. Ja. Okay. Sehr viel Salz haben sie gebunkert. Ist ja auch wichtig. Die Lebensmittel. Ich meine, viele Leute bekommen ja auch Salzmangel dann über, wenn sie irgendwo in der Wildnis sind. In einer Höhle oder so. Ist ja auch klar. Oh, da hat er halt noch Gold. So. Genau. Und die wurde ja verschoben. Ich finde den Feueratran auch irgendwie gar nicht so toll. Weil er halt immer wieder die Sachen und die Gegner weg will. Mit seinen zu starken Feuerbellen. Ähm. Ich kann ja mal kurz schauen. Wir haben doch irgendwie etwas noch. Also Kräfte haben wir eben. Ja. Telekinesen noch. Okay. Redens. Kunst. Haben wir die Buff bekommen. Beschwörung. Ähm. Skelett Dean. Oder Zombie. Ich weiß nicht, ob ich mal Zombie einfach nehmen soll. Einfach mal ausprobieren. So hat das Pferd jetzt überlebt. Bitte. Bitte. Bitte Pferd. Ich will dich haben. Aber kurz reiten. Jetzt müssen wir halt sonst laufen. Naja. Wenn wir hier hoch geht. Vielleicht ist das Pferd hier hoch geflüchtet. Also so ein Kadaver werden wir sehen, oder? Ja. Sven hat wieder Probleme. Sehr gut. Da ist das Pferd. Ja. Wir haben es. Es hat sich ja auch wieder beruhigt. Hoffentlich tritt es nicht nach uns. So. Scheinbar nichts passiert. Gut. Ähm. Ja. Wir müssen irgendwo in die Richtung. Zuerst aber speichern. Das könnte ja etwas noch passieren. Und ich hoffe die Wachen oder so haben wir uns nicht bemerkt. Aber das wird ja angezeigt sein. Jo. Ja. So. Wir haben ja keine Ekpopperspektive. Hallo. Kannbar nicht. Doch. Ja. Wie süß. Hallo Nachbarn. Sie sehen mich. Oh. Hey. Hallo. Läufts? Oh. Wie süß. Sie kuscheln zusammen. Oh. Wie süß der Sven immer ist. Oh Gott. Ja. So sind wir wild hier. Gar nie wild. Nur ein bisschen ängstlich. So. Wo haben wir denn. Oh. Ok. Es ladet wieder komisch. Also irgendwie ist die Performance gar nicht so gut. Dankeschön. Ich will nur absteigen. Hallo. Ich will absteigen. Mit welcher Taste steckt man noch? Doch mit E. Aber jetzt musst du stehen sein. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azur, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ja. Darf ich kurz? Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azur. Also ein abgebranntes Haus. Ah. Ok. Das haben wir gar nicht gesehen. Hm. Ich habe sie gefunden. Sehr gut. Immer wegtreten. Also ein Zauberstab soll er hier sein. Irgendwie ein Hinweis wo er hin ist, der Zauberstab. Was ist der Zauberstab? Gras im Haus. Wo ist der Zauberstab? Wo ist der Zauberstab? Wo ist der Zauberstab? Ah. Wahrscheinlich wurde es schon weggenommen. Gesteckt. Von welchem? Ah. Spür. So. Kein Feind, ne? Ah. Nein. Die Sichtweite mancher Tiere und so ist ein bisschen zu groß. Ok. Und wo ist jetzt dieser Stahl? Und der Wand? Keine Ahnung. Wie soll man das auch gewesen? Irgendwo. Wirst du das gewesen sein? Hm. Ok. Ah ok da ist der Ork. Ok. Wo ist jetzt der Zombie? Hallo. Zombie. Ist das alles was ihr könnt? Jetzt. Aua. Ok. Äh. Er ist zu stark. Oh. Nein. So. So ein Mist ist sehr stark. Mann. Der funktioniert nicht immer. Eieiei. Funktioniert doch jetzt mal. Ok. Er ist gerade ein bisschen. Oh Gott. Er ist viel zu stark. Ey. Wie sieht er mich? Ok. Dann müssen wir irgendwas machen. Regnähe dich Sven. Ja. Ich will jetzt noch nichts trinken. Ich regnähe mich einfach. Er ist zu schwer. Jetzt greif doch an. Ein bisschen. Zombies sind einfach nicht gut. Eieiei. 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 Stört mich zu schnell. Es greift wenigstens einmal an. Ey. Ah. Ich habe die falsche Seite gemacht. Zerstörung. Lammen. Das ist ein Mist. Ich habe zu wenig Mana. Ok. Ich wurde irgendwie noch getroffen. Nein Sven. Ich bin wieder am Boden. Jetzt. Ja so. Hallo. Ich will beschwören. Und nicht nicht beschwören. Nicht nicht beschwören. Nicht nicht beschwören. Ist nicht so gut. Ist das doch dumm gemacht ey. Gott. Nein. Bleib hängen. Ich bleibe vor. Ah. Diese Kutschen. Teile. Mann. Das geht halt auch nicht mehr so lange. Ok. Nochmals. Wir werden jetzt ihn töten. Jetzt sind wir vorbereitet. Jetzt wollen wir den Feuillator nach doch auch. Schnell hinaus. Greifen ihn dann sofort an. Eieieiei. Das Spiel ist ungewollt nervig. Manchmal denke ich mir. Wo hat der Entwickler Balancing eingefügt? Nirgends. Die Gegner sind irgendwie Level 40. Also der muss mindestens Level 20, 30 sein. Ey. Unglaublich. Unglaubliche. Ich meine Leute. Ey. Skaliert doch die Gegner irgendwie. Ah. Liebe Entwickler. Das muss echt nicht sein. Ich weiss noch. Ich hatte irgendwie immer wieder die Lust von den grossen Drachen. Also von den Ältesten und so Sachen verloren. Die sind immer so schnell. Also es ging immer so schnell bis die stärker wurden. So mit Level 40, 50 hattest du dann auch noch Älteste und Feuerdrachen. Das ist so komische Feuerdrachen noch. Und die waren einfach viel zu heftig meistens. Ja. Gut. Also irgendwo ist hier die Kutsche. Ähm. Ja. Da ist die Kutsche. erste Hals später aufgedacht. Die hätte ich sonst gesehen. Okay. Jetzt müssen wir aber hier wechseln. Ah. Nein. Okay. So jetzt. Oh hinter die Kutsche. Greift ihn an. Ja. Und das ist so krank. Cutsche. Baita. Falsche. Baita. Baita. I mean. Und hier. So. Und hier. Komm, du schaffst, du bist besser. Nein, keine Ahnung. Töte den Org-Kampfmage. Suche die Leiche des Orgs nach Hinmäßen. Ein Eisendurch, ein Geschäftsbuch des Schmugglers. Winziger Seelenstein, armseliger. Wow. Sauberdank der Illusion. Starb der Feuerbrille. Eine Feuerexplosion, die in einem Radius von 5 Metern 40 Schadenspunkte verursacht. Brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Ja, tun wir die auch noch verkaufen. Und ja, die Magierkapuze können wir auch noch mitnehmen. Und verzaubern. Und jetzt Sven, da bist du. Ja. Okay, das Pferd ist leider tot. Wurde von einem Pferd gezogen. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Also, du musst unbedingt diese schweren Sachen mal abnehmen. Nein, nicht ausrüsten. Ja, was könntest du noch nehmen? Was ist noch schwerer? Qu chores. ofcoat, das Journalen, Dief, ... okay, Waffen. Jetzt müssen wir Eisen durch. Holz. Axt. Start der Feuerbälle. Und du so gut mit Zauberstrepen umgehen kannst. Genau, und hier. Die zwei Sachen. Kannst du mal haben. gut und jetzt müssen wir leider nochmals diesen doofen mitnehmen gut also das hat eine speicherung nötig ist ja wahnsinn gewesen okay da haben wir auch banditen also dann schwimmen wir doch den hier graumor was machst du jetzt surfen ich wollte dass du den angreifst da oben wurde der schon getötet so jetzt wo ist es jetzt hin schön svein das hast du gut gemacht irgendwo hier ist ein schädel runtergekommen hier ist jemand rote geflogen ja es ist einfacher als beschwörer aber die beschwörungen sind jetzt noch nicht so stark die müssen wir noch irgendwie verstärken können sterben relativ schnell also auf die zombies sind scheinbar schwach ich hätte gedacht die wären zäher also zäher aus der feueratur nach aber ja gut habt ihr ja gesehen ist nichts okay doch in so ektim habe ich immer das gefühl es ist nicht viel drin aber scheinbar ist ja viel drin die luft ist rein die gleichen zwei rein bitte also da muss noch irgendwo ein bandit sein vielleicht hier oben irgendwo noch ich glaube die doch da ist doch die stämme so so richtig schön gemütlich oder aber sie ist ja mega aggressiv okay und da haben wir auch noch eine kleine befestigung oder so wie man denn sagt ich weiß nicht was aha es gibt ja Angst da Goldbeutel Eisendurch Brachenbärmfrucht oder ja äh Blüte hm hm sehr interessant hier waren wir auch schon oh Gott ja aber sonst wird es hier oh Gott oh Gott oh Gott ah ok Perker also hier muss irgendwo noch einer sein das ist das der weggeflogen ist von hier also wo ist der andere noch hier oben hm es muss mindestens ein dritter noch gewesen sein das ist der neue da ist noch einer und hier ist noch einer ah ok den haben wir noch nicht gelootet siegenkäse und den haben wir gelootet oder ja scheinbar schon hm ok gibt es hier noch etwas nicht so gut geschaut nicht so gut geschaut nicht so gut geschaut die Schmiede hm ok ja sehr schön also sich belohnt jetzt können wir gleich mal kurz schauen nein nein ich mach über 2455 es wird wahrscheinlich knapp reichen also wir gehen im nächsten Part dann äh ähm wollen wir da rechts durch es ist eigentlich egal in welche Richtung wir gehen ein paar links waren wir schon ein paar mal durchgelaufen hier rechts noch nicht machen wir doch das so ähm ja gut dann sehen wir uns im nächsten Part wieder wenn ich Lust habe ok da haben wir noch einen Kampf zum Zauberstab einfach cool haha ich glaube ich muss ihm den wegnehmen sonst macht er einfach zuviel Explosionen und schädigt auch Verbündete schon krass und die verlieren sich auf sind die Leiche da ist eine Leiche sterbliches Fleisch ja, ich glaube, ich nehme das weg, kurz jetzt hat er zwei stecken, er tauscht auch immer die Waffen ja, ist schon krass also, wenn jemand eine Ahnung hat, wie ich diese Nachlader-Ruckel wegmachen kann dürfte ich das gerne ja, in die Kommentare scheine würde mich natürlich sehr helfen, sehr, sehr viel helfen und ja, ich mache schon einen neuen Part, weil es kommt einfach nicht so genügend zum Aufnehmen es kommt einfach nicht immer genügend Zeit 50 Minuten aufzunehmen ja und kürzere Parts will ich ja nicht mehr machen weil es einfach sonst zu viel gesplittet wird, zu viel ja einfach meine Zeit kostet zwischendurch, die ich nicht habe okay, einen einen finde ich gerade nicht mehr der ist wahrscheinlich weitergeflogen oder so ja, aber Zombies sind jetzt nicht so wichtig zu nehmen okay dann freue ich mich natürlich gerne wieder aber natürlich kein Zwang ja, Sven sagt auch Tschüss Tschüss sagst du gar nicht? ich bin direkt hinter euch nein, ich, du musst Tschüss sagen ja, ich warte gut dann Tschüss bis zum nächsten Mal